Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso, diesmal mit Channel Insight. Ja, eine kurze Mitteilung ist das, ich bin jetzt im Real Life wirklich gestresst unterwegs. Das wird sich auch den ganzen Sommer über nicht viel ändern, aber ich probiere dennoch zu produzieren. Und was jetzt wichtig ist am Anfang, sind ein paar Informationen, die ich euch zukommen lassen will. De facto kann ich jetzt wieder jemanden beauftragen, die Videos, die ich noch habe, hochzuladen. Ich bin die Woche wieder nicht da. Ja, es ist halt so ein Schmarrn im Sommer, aber wir werden das schon schaffen irgendwie. Okay, und ja, ich hoffe, es funktioniert. Der Freund, den ich dazu beauftragt habe, hat mir versprochen, er wird das regelmäßig machen. Okidoki, so weit zu den Videos. Weiters habt ihr sicher schon bemerkt, dass ich längere Zeit kein Let's Play angezockt gemacht habe. Und das liegt daran, dass, ja, YouTube hat einen Haufen Strikes auf meinem Kanal hinterlassen. Und ja, da schauen wir gleich einmal nach. Was haben wir da? Ja, diese, deine Videos enthalten möglicherweise Content, der Eigentum einer anderen Person ist. Bitte prüfe diese Videos. Da werden wir gleich einmal nachschauen. Und jetzt zeige ich euch, Leute, wir haben bereits 14 Treffer. Oh, weh, weh. Und da ich davon ausgehe, dass irgendwann einmal mein Glück zur Neige geht und YouTube den Kanal sperren wird, habe ich mir halt gedacht, ja, wir machen da einfach einen neuen Kanal draus. Nämlich ein Headquarter, ne, Tosos Headquarter, also Tosos World. Das findet ihr da unten bei den empfohlenen Kanälen, ja. Schauen wir gleich hin. Das ist eigentlich nur noch vorerst provisorisch. Da ist noch nicht viel drauf. Ich hatte auch noch keine Zeit, da was zu machen. Aber da sind einige Sachen geplant, die für euch sicher auch von Interesse sein werden. Also ich nehme an, wir machen da Playlists von anderen Let's Playern, die sich vorstellen. Dann von Jungs und Mädels, die eventuell Co-Playen wollen und so weiter und so fort. Nur hier werden keine Videos hochgeladen, die eventuell Strikes beinhalten können. Ja, also es wäre schön, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, wenn ihr hier ja gleich einmal ein Sicherheits-Abo macht, ja. Wir gehen zurück, wo haben wir denn unseren Kanal? Hier, einfach draufklicken und abonnieren. Also die Leute, mit denen ich in Kontakt stehe, die wissen das bereits. Und für die Mädels und Jungs, die noch nicht auf dem Kanal waren oder dieses Logo noch nicht gesehen haben, das ist mein sicherer Kanal, weil ich denke, früher oder später wird YouTube diesen, ja, hier, den Let's Play Kanal, kurzerhand löschen. Und gleich möchte ich mich entschuldigen, dass ich so wenig Zeit habe, auf eure Kommentare zu antworten. Es ist wirklich die wilde Luzi unterwegs im Real Life und das geht wahrscheinlich so bis Ende August. Aber ich tue mein Bestes. Also Changangu, danke vielmals Toon Gamers und ja, mein Landsmann hier, Zoggerwelt. Und danke für dein Abo, cool, deine Videos sind extrem okay. Und mein Schatz Shadow, ich habe für dich auch ein Video gemacht, das werde ich wahrscheinlich die Woche hochladen. Wir besuchen nämlich in Powerstone das Bordell, wie du wolltest, okay. Gut so Leute, das war's wieder mal für eine kurze Info, für eine Statusmeldung. Und ja, haut rein, macht da ein Abo, weil ich werde jetzt bald wieder dieses Wochenende Let's Play angezockt machen. Und da kann es dann sein, dass es dann mit dem Kanal, mit dem Let's Play Kanal aus ist. Okay, ich wünsche euch noch eine schöne, nicht zu heiße, aber dennoch sonnige Woche. Und ja, haut rein, es sind Ferien, die meisten sind auch schon auf Urlaub und ich wünsche euch ein super Badewetter. Viel Fun, viel Zeit für euch und eure Lieben und ja, hofft, dass wir uns bald wiedersehen. Das war's wieder mal, euer Toso. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Ciao.